Höret alle Völker, merkt auf Erde und alles, was darin ist. Gott, der Herr, tritt gegen euch als Zeuge auf. Ihr Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Folge von Morgenmut mit der Losung aus Micha 1, Vers 2. Das ist die Eröffnung des Prophetenbuchs von Micha. Ja, und das ist eine Ankündigung, dass Gott kommt, um Gericht zu halten. Vielleicht fragst du ja, ich dachte, hier geht es um Ermutigung auf diesem Kanal. Wo ist die Ermutigung? Okay, Gott ist gerecht. Gott will Gerechtigkeit. Gott will Wahrheit. Er kann die Lüge nicht ertragen. Er kann Unterdrückung, Ungerechtigkeit nicht ertragen. Übrigens erst recht nicht, würde ich sagen, wenn sie sogar in seinem Namen geschieht, wie das in der Geschichte leider immer wieder vorgekommen ist und bis heute vorkommt. Gott will Gerechtigkeit. Und das Micha Buch hat diesen berühmten Vers, Micha 6, Vers 8, der einem so ein bisschen leicht von der Zunge geht. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, Gottes Wort halten, Liebe üben, demütig sein. Ja, aber er fordert das auch ein. Und er kommt, um Rechenschaft abzufragen. Rechenschaft zu fordern. Was macht ihr mit der Schöpfung, die ich euch anvertraut habe? Was macht ihr mit den Menschen, die ich euch anvertraut habe? Da, wo ihr Mittel habt und andere nicht. Wie geht ihr mit ihnen um? Ich habe das schon gesagt und sage es immer wieder. Angesichts der Ungerechtigkeit in dieser Welt, angesichts der Tatsache, dass so vieles Unrecht nicht geahndet wird, und die Leute nicht zur Rechenschaft gezogen werden, ist die Botschaft vom göttlichen Gericht eine sehr ermutigende Botschaft für mich. Weil das heißt, Gott sagt nicht einfach, naja, ich fände es ja schön, wenn ihr es so machen würdet, aber macht ihr halt nicht, schade. Sondern er ist der, der es einfordert und der diejenigen zur Rechenschaft zieht, die gegen sein Gebot verstoßen, die die Menschlichkeit ihrer Mitmenschen mit Füßen treten. Die die Gottlosigkeit mit Füßen, die die Gottlosigkeit leben, die Gottes Gebote mit Füßen treten. Er fordert es ein, er setzt es um und er kommt als der, der es möglich macht, im Gericht zu bestehen. Später im gleichen Micha-Buch wird der Messias angekündigt, die Geburt in Bethlehem, Micha 5, Vers 1. Du Bethlehem, Ephrata, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei. Also Gott selbst, der Richter, findet einen Weg, dass Menschen bestehen können, dass Menschen zu seiner Gerechtigkeit zurückkehren können. Und er vergibt nicht als Zeichen, dass ihm jetzt doch egal ist, wie wir leben, sondern er vergibt uns, um uns auf einen Weg zu führen, wo wir in seinem Willen leben können. So groß, so gnädig, so gerecht ist Gott. Und übrigens, manche finden das sowieso ermutigend, wenn über Gericht geredet wird, weil sie finden, ja, wir müssten doch viel mehr den Nichtgläubigen sagen, wo der Hammer hängt. Spannend hier, wenn du weiterliest. Erstmal geht es hier um die Völker, um die ganze Erde. Aber dann spricht Gott weiter durch den Propheten und zieht sein eigenes Volk zur Verantwortung. Er redet zu Judas, er redet zu Israel. Er sagt, von euch fordere ich das. Im Neuen Testament heißt es, dass das Gericht Gottes anfängt am Hause Gottes. Also, zuerst sind die gefragt, die Gott schon kennen oder vorgeben, ihn zu kennen, auch in seinen Wegen zu gehen, ihn zu suchen, sein Herz zu suchen, danach zu leben. Und ja, wir strecken uns aus nach seiner Gnade, da, wo wir es eben nicht erfüllen, da, wo wir nicht so leben, wie es ihm gefällt. Und er vergibt und er reinigt und er heiligt und er führt uns auf seine guten und gerechten Wege. Ein wunderbarer, heiliger, gerechter, gnädiger Gott. Wie gut ist das? Wie ermutigend ist das? Herr, ich danke dir, dass du der Richter bist. Ich danke dir, dass Unrecht nicht ungesehen und ungesünd bleibt, weil du wiederkommst zu Richten. Danke, dass du uns anleitest, auch wegen der Gerechtigkeit zu gehen und leite uns weiter darin. Vergib uns, wo wir dem nicht gerecht werden. Leite du uns auf deinen guten, ewigen Wegen. Amen.